Mal gucken, ob wir hier ein paar Virus-Kerner rauskriegen. Oh, wieder grün. Fällt Standard eigentlich besser. Oh, ne Kiste. Feuerballsturm. Oh. Ah, jetzt fängt das hier mit den kaputten Machen wieder an. Ein Erholungsrank. Hier kriegst du wieder her. Komm, gib mir mehr. Mein Gott. Das ist ja nichts hier drin. Ich erhoffe hier eine Yoga-Kinne-Virus-Kerner. Irgendwie. Wow. Und wie kommt hier nichts? Tinkugel. Ja, nur zwei Viecher. War das in der leeren Raum da unten? Okay. Er sieht dich. Ich finde diese danischen Designs hier finde ich übelst geil. Das hier ist am besten Elung. Eigentlich sind alle übelst geil. Äh. Ach, da, bann. Da bist du. Ja. Dann mach ich den da erstmal tot. Mit meinem, uh, Orkanschlag. Der ist im Arsch. Ey. Stirb. Dann versuche ich bitte bei denen auch nochmal. Obwohl es nicht klappen wird. Naja. Oder doch. Naja. Nein, 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 nein. Gut, Fee. Nein, 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 nein. Ach, gut. Jetzt könnte er erst Hilfe machen. RIP. Ja, na, na, na. Ja. RIP. RIP. Okay, weiter. Oh, ne Tante. Was nennt der überhaupt? Ein Hund. Ein Hund. Der Hund wird erst einmal genommen. Ja, geht wirklich. Wow. Mann, ich will keine Gegenstände. Ich will Viruskörne, Mann. Das versteht er nicht. Das ist ein Arsch. Das Spiel, das will mir einfach keine Viruskörne geben. Ich will mich einfach nur ärgern. Die Liebenden. Ah, nee. Haar war ja immer Mystery. Und ab geht's. Na, wird der Gehmer ohne viel größer hier unten. Oder? Hier kommen einfach keine Viecher. Finde ich jetzt nicht so schlecht, aber... Geisterwasser. Hier ist der Fünf. Hier ist auch noch ein Geisterwasser. Ja, kein Ding. Aber jetzt muss ich jetzt kommen. Genau. Es gibt einfach keine... Und dann noch immer so kratlinig, der Dungeon. Und das. Wie ist 300 oder was? Wow, wie ist es tödlich? Und zwei Tod? Ne, nur einer. Dann mach ich nur den. Mal übelst, er ist Hilfe. Uh. Ah, hier stürmt es wenigstens mal. Natürlich, der Feuer ist nicht. Oh, die kann kein Zing. Ah. Okay, der will nicht. Oh, Rap. Mach hin. Oh, genau. Da warst du doch noch. Oh, genau. Der Wandel ist geil. Ist aber nur ein mittleres, glaube ich. Was ist denn das? Eigentlich Wald? Übel nicht. Ah, komm, da geh ich ran. Schwer ist das. Viele, viele nicht. Oh, übel, die Bissen. Der hat Wald. Und ich hab das. Sieh mir auch nicht so viel ab. Okay, kann ich nicht. Tötig. Äh, Magie-Sille. Und nochmal. Hm. Ah, cool. Ey, wie oft hat sie mir den Satz schon gebracht hat, ey. Geht gar nicht. Ne, da, schon wieder. Da, 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 stand da schon wieder. Da, schon wieder. Das hiebst du doch nicht. Ich glaub, die hat nur drei Texte oder so. Schon wieder. Oh, langer Gang. Aber immer gerade. Er hat noch nicht mal ne Absweigung. Oh, Tante. Ah, der Hund ist wichtiger. Wow. Hm. Das hier. Mr. Wuff-Wuff. Sie sind tot. Und sie geben mir echt keinen Virus kennen, oder? Ne, geben sie mir nicht. Die gibt mir auch nichts. Die gibt mir sowieso nichts, weil die einfach scheiße ist. Äh, weg mit der. Äh, hier. Süd, das ist wie etwas. Das ist sehr gut, sogar. Der frisst meinen, die frisst meine ganze Magiersäle, ey. Endlich. So, jetzt kann man ihn stärken. Süd. Tempo. Wer kann die ja wieder nicht? Die kann nur Wasser. Mehr ist das nicht. Ist das schlecht? Hat die Wasserangriffe? Eigentlich nicht. Nur dieses Dunkelheitszeug. Da ist auch so eine Dunkelheitswaffe. Wer ist das denn nicht? Piep, 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 piep. Und da ist er schon wieder. Ich stelle mit meinem Feinter den. Dass immer nur einer an den Griffen wird. Oder halt die Binnen. Wow, da kann ich übelst Flächenangriff. Ich glaube, nach Zome überlebt das nicht. Darum gebe ich mal lieber jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er es überlebt hätte oder nicht. Oder sie. Das ist eine sie. Glaube ich mal. Mann, den hier will ich ausnehmen. Den will ich da an den Zügen. Hm. Oh, RIP. Ja, komm. Ah, läuft er. Tarajima extra mal faul gewesen. Ah, halt. Hat er doch mitgekriegt. War so echt faul. Ey, wann kommt der mal langsam mal ab? Boah. Noch eine Abspeilgung. Äh. Gegengift. Ah, Gegengift kann ich denen endlich wiedergeben. Gegengift. Sowas gebe ich denen endlich sehr gerne. Genauso wie Auferstehung. Das gebe ich denen endlich auch sehr gerne. Ey, das könnt ihr wenigstens verwenden. Das, wo ich mir zu 100% sicher bin. Und hier geht's aber schon ab. Und die letzte Etage. Mit Glück. Wo, Mr. Ogi. I see you. Magisch. Es mir ja. Komm, ruf da. Wo, übel magisch. Der. Angriff und so. Magisch Angriff. Die Liebenden. Erstmal auf der Zimmer. Mehr. Äh. Tiftel. Hoch. Charme. Wo sind Charme? Dann Charme. Immer runter. Dicht werde ich jetzt machen. Ich wähle dich. Armband. Datenentzug. Armband. Armband. Oh, üs. Damage immer. Fuchsschopf. Fliedermos. Lackement. Oh. Ich sollte dir mal etwas Nahrung geben. So. Und das war's eigentlich schon. Was? Stoht? Hier hat doch Wasser. Übelst verarscht. Die hat. Ey. Steinschienen. Moment. Habe ich eigentlich auch eine Steinschiene an? Kann man die überhaupt nehmen? Als Trimbleed? Tatsache. Ah, die sind übelst magisch. Die sind auch magisch. Der ist auch magisch. Und das kann eh keine Sau tragen hier alles. Die wir auch gerade mit haben. Oh. Tododododo. Ach, natürlich du. Naja. Kann man nirgendwo machen. Oha, die erste Abschweigung. In... In... Dritten Etage. Ah, da ist schon die Götterstattung. Ah ne, kann ich ja nicht machen Magisch, Mann Aber jetzt, komm Oh nein Ah, cool Ah, ihr wird scheiße Immer eine dreckige Fahr Gegengift Voll Ah ne, Geisteswasser war das Vor Natsumi uns tötet Oh, das ist auch so stark Mit ihrem Höhentor Ey, lebe ab Komm, geh jetzt schon mal Hier rein Ey, mal zu Ende Du willst natürlich noch eine Magersäle Mal gucken, wie viel Silberkäfer ich kriege Oh, ein Fuchsschopf Eine rote Platte Ein Silberkäfer Oh Fuchsschopf Ja, ich auch so schon Blau 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 Im Beinpanzer Ey, guck, den hatten wir auch schon mal Der ist sogar, glaube ich Oh Oh 1-8-0-10 1-8-0-10 1-8-0-10 Den hast du schon Bäm Noch ein Vieh Namens Augi Obachter Was für ein Name Schnell ist hier das Auge Was ich da gerade sehe Da ist das Wasser Das kriegt übelst aufs Maul Kann ich jetzt so machen Geht doch Und abbrechen Ach schon, der habe ich ja schon mal gemacht Weil Fledermaus Muss ja nicht immer bewegen Äh Irgendwas mit Verirrung Ist mir bei Ja Flammschlag Ich werde dir schon helfen Vernünftig Gut zu werden Blutiges Eiübis übersehen Anderes mehr Grunty essen ist wichtig Ach, wieder Gefahr Ach, tot Tschau Komm, ein G oder ein H Ein H Ein G oder H Brauchte nur Letzte Vieh Mein Gott Ach, ich fahre jetzt nicht heilen Äh, jedenfalls Wow Also geht nah ran Jetzt sogar das Geld verlinken Also dann schon Portale offen Woher ich das nur wusste Kann ich machen? Ah Das wird eh nischt Fuckschopf Ich bin mir nicht sicher Ob man damit Viruskerne bekommen kann Ah, wir sind schon fertig Ja, ohne Erfolg Hm Hm Ja, ohne Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher